Leute, was soll ich sagen, heute hat mal wieder irgendein Mensch da draußen in der Welt meinen Affront gehackt. Er hat zwar zum Glück nur die Bilder gelöscht, trotzdem schon nur die Bilder sind sehr viele Storys dabei gewesen. Es muss einfach nicht sein, dass irgendwelche verrückten Menschen da draußen Leute hacken müssen. Warum? Was hast du da für einen Sinn dabei? Kannst du das mir sagen? Nee, kannst du wahrscheinlich nicht. Du hast einfach deinen Spaß und willst uns da draußen ärgern damit. Ganz einfach. So, ich kann es euch mal zeigen. Ich bin heute aufgestanden und dann sehe ich auf Instagram einfach keine Bilder mehr und klebe alles weg. Alles weg. Also, wie ihr es gesehen habt, keine Bilder mehr drauf. Zum Glück hat er nicht Passwort geändert, weil ich habe jetzt erst meinen Instagram Account, habe ich auch meine richtige E-Mail gemacht. Dann würde ich einfach sagen, ich mache einen komplett neuen Start mit neuen Bildern. Ich mache, ich habe jetzt eh meine Canon 400D wieder richtig hinbekommen, gerichtet, repariert, alles rum und dran. Ich habe jetzt auch Fabian Alwanger seine Kamera willkommen. Ich werde für euch jetzt richtig gute Videos produzieren, Bilder gute machen auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr mir noch auf, ähm, könnt ihr auf Facebook nochmal vorbeischauen. Da habe ich eine neue Fanpage eingerichtet. Die heißt auch Kevin Kylo Show. Das tue ich auch hier mal markieren. Ihr könnt mir noch auf meinem Fashion Account auf Instagram folgen, Kylo Kevin. So, das war's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, ähm, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen, ein Kommentar oder ein Abo. Ist ja kostenlos, oder? Also, peace out. Check this out. Ich bin Robbers. Tschüss.